Guten Tag, hier ist KörnTV. Eine wichtige, wieder eine schlechte Nachricht. Heute kommt leider kein Video, weil irgendwie ist mir heute nicht ganz losgekommen und ich habe wieder mit einem Freund geredet. Also mit dem selben. Also tut mir, dass heute kein Video kommt, aber was eigentlich möchte ich heute nicht weitermachen können. Ja, es ist einfach so sehr, ich bin mit meinem Freund sehr beschäftigt. Also wird es ja schwierig sein, gleichzeitig das auch zu tun. Und so mit drehen. Und so, du mussten, Zeug zu machen, braucht doch was. Und so, ich werde, ich habe eine Idee, ich weiss genau wie die Folge gehen könnte, aber ich habe eine Regie gemacht. Und ich glaube, die Folge könnte umso besser sein, weil ich eine Regie gemacht habe. Also, das wär's mal. Heute kommt leider kein Video und gestern hätte es gekommen sollen. Aber es geht euch nicht. Also, dann sehen wir uns am nächsten Mal. Und die Folge kommt wahrscheinlich eher am Dienstag, denke ich jedenfalls. Vielleicht sogar Montag. Aber was ist jetzt mit der anderen Folge? Also, ich habe eine spezielle Folge gemacht. Aber was für eine Folge ist, werde ich nicht sagen. Also, man sieht sie. So, und tut mir sehr leid. Und tut mir sehr leid.